Musik 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 Smoges nicht raus, okay Ich setz noch den Brandfrauss Jägersystem Weiter, weiter Ich bin Smoges, ich muss weg, weg, weg Ich hab nur 40 HP, ich kann jetzt Okay, jetzt dürft ihr nicht mehr so stark pushen Kürben, hast du Flashes, die du verkaufen kannst am Jägersystem? Nein, kein Flashes Nochmal Okay, geht durch Ich flashe Da ist eine Falle von Lesion Hingeworfen worden Aufpassen Arte zu vier, Smog Okay, ist ein Schleitgirr geflogen Ja, das war angesagt Aber okay Ich hab ihn gar nicht gehört, zu vier Ich geh hinter dich, aufpassen Ja Ich bin hinter dir Flashe nochmal Ausfahren Ich mach ein neues Schild drauf Achtung, Flashe mehrfach Ich plässe Film Mario Geil Oh Scheiße, ich bin fast tot Das heißt, ihr habt jetzt von hinten keine Deckung mehr Geh raus da, raus da Nein Oh Mann, durch die Wand geht das Vergess mich, vergess mich So ist nicht egal Fuck my life Michi, kannst du nicht versuchen? Einer müsste über Easterse hochkommen Sorry, hab ich nicht Aufshot hinter mir, ja Hello, it's me Wieso hast du dein Ding nicht drauf? Ja, nice Nein Gute Arbeit Jungs Wirklich Eims, warum hattest du dein Aufklappvisier nicht drauf? Ich schätze, das ist ein Fuck, weil so kann er nicht getroffen sein Aber es ist Es war nur die erste Runde Es ist egal, es war gegen fucking Diamantspieler Ja, wir haben ein Sieg gegen Diamantspieler Wir sind die Sieger des heutigen Abend So Erstes Green Shot Ja, ja, hatte ich Hatte ich So weit Ich bin jetzt unter verteilt, Jungs Jungs So, äh Da spiel ich wohl wieder, oder? So, so können wir nie wieder spielen, weil jetzt haben sie die Tategie auch Nein Warum war leer, oh fuck Du Capi Engage schon Ja Huuu Nice, nice Hinter dem Motor aufgeraft Ist tot Rein, rein, rein Okay Plente, Plente, Plente Und ich Plente Schön rechts, ne? Äh, ne links Stimmt, schön links Sorry Bin wieder raus Ich halte nach hinten gerade Deckung Die Crema hält der Zeige Hast du das richtig gemacht? Nach links Ich hab kurz splitt in die Zeit Christian, wo stehst du? Ich stehe ganz in der rechten Ecke Ich gucke und lasse mal Hinten, 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 hinten Hoppla Der Typ ist jetzt, der wird es nicht mehr schaffen Okay Okay Was? Das, 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 das ist, das Das, 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 das ist, das Hast du jetzt rein? Ja Ja, das war gut Respekt an der Stelle. Okay, mach. Regal ist so weit. Schwing rüber, macht er. Oh Gott, da, 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 da ist ein Dock. Ne, nicht ein Dock, ein Echo. Leg deine Claymore auf, Mario. Also steht direkt vor mir der Echo. Wo steht der? Oh, Alter. Ah. Aber jetzt funktioniert die Taktik nicht mehr. Es sei denn, du ziehst jetzt alleine durch oben. Aber du kannst da, du kannst da theoretisch weggehen und ich hatte ja immer noch die Cam dort. Heißt, den Rücken habe ich noch bei dir. Außerdem müsstest du eventuell sogar den Führsache erholen. Irgendjemand hat vergessen den Bus auszumachen, als er ihn abgestellt hat. Ich hatte vor, dich zu rächen. Also doppelt zu rächen, um deinen Atom zu bringen. So viel, wie es geht, bring ich jetzt um. Um Mario zu rächen. Und der Diffuser, den hast du da jetzt, oder? Ja. Okay. Nicht Gliede werden. Ja, wieder wie es geht! War aber doch nur einer, Chris. Ich habe drei Leute umgebracht, hallo? Alle auf dieselbe Taktik. Ich dachte danach so viele, wie es geht. Ja, da waren zwei. Ja, da sind die Warnung. Ja, die Gegner fühlen sich auch dezent verarscht jetzt. Aber das ist echt risky. Das hat echt ein bisschen was mit dem Delay zu tun. Ich mag das eigentlich gar nicht. Weil manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht, ne? Aber mit Hass klappt es immer. Nicht mit Liebe. Ich wollte gerade fragen, was ist mit der Power of Love? Nein, meine Liebe war ja tot. Sag doch, dass ich die ganze Zeit gemutet bin, Leute. Ich habe mich schon gewundert, irgendjemand sagt. Drei Runden, Alter, so. Ich wollte gerade noch fragen, ob jemand Mute spielen kann, aber naja. Und dann halte ich noch auf Atem, halt Mute. Niemand reagiert nicht. Vielleicht bin ich gemutet. Das war aber unterbewusst. Das ist mir nicht aktiv aufgefallen, muss ich euch verstehen. Ich habe schon gesehen, dass du gemutet bist, aber ich dachte, dass du es hat. Ja, anfangs hatte es mit Sicherheit auch so eine Gründe. Hatte es mit Sicherheit, ich weiß es nur nicht mehr. Ja, auch hatte es, aber... Nein, nein, Castle, nein. Siehst du doch, doch, doch und nochmal doch. Hey, Castle, mach lieber hier zu und da. Komm, ist der so hoch und da zu mir geschaut? Alles klar? Lust, ist der es. So, Mario, ne, ich kann halt dich nicht so decken. Also jetzt kommt der noch mal. Ja, kommt der noch, kommt der noch, kommt der noch. Ja. Wow. Schön. Ich habe sie noch erwischt. Aber... Oh Gott sei Dank. Gott, ja. Close. Close shit hier. Aber da ist die Smoke noch so erwischt ab. Ella ist am Diffuser gleich. Jetzt verletzt sie, egal, egal, jetzt verletzt sie, ist noch eine BQ. Wobei, äh... Noch, 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 noch keiner am Diffuser. Jetzt am Diffuser. Am Diffuser? Nicht, nicht. Okay, das war... Ja, das war... Oh no, super. Zwei Instants und zwei Gekill. Alle sind am Diffuser liegen. Diese alle am Diffuser liegen. Mega-Fagate. Alter, das war schön. Ey, das hätten wir dann eben eigentlich auch ohne Overton gewinnen. Das waren fünfmal jetzt die selbe Taktik, ne? Nein, einmal hatten wir kein Glas dabei. Das haben wir auch gewonnen. Ja. Ja, aber das andere Mal ohne Glas haben wir verloren. Ja, weil halt Wanda direkt am Anfang gestorben ist. Und halt, Kapital auch, ne? Also... War ganz angenehm. Das war jetzt echt geil. Nächste Runde? Nächste Runde. Ja, ja. Händen, Händen von mir, Fletch. Hast du den, Krämer? Ich hab... Linke Seite. Granate. Sophia, glaube ich, war nass noch bei Blue. Bin gespottet worden. Sophia, glaube ich, hab ich getötet. Noch einer, Black, noch einer, Black. Noch einer, Black. Black ist auf vorne, oder fuck, ne? Der ist hinten durchgerannt. Ich hab immer noch einen Blick halten, Christo. Ich guck, guck nur auf Blue. Weil da ist noch einer. Fuck. Wird hier beschossen bei Krämer und mich wieder in das Ecke. Okay. Können wir aber grad nichts machen. Ich kann nur auf Blue. Ich spiel das, 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 ich spiel das. Ich spiel mich jetzt. Was? 5 Sekunden left. Ah. Er savet halt, ne? Ok. Was hat er gemacht? Ah, er hat geschaukelt. Ah, er hat geschaukelt. Huuu. Wuuu. 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 Was hat er denn gemacht? Wuuu. Wuuu. Ich muss es schon aktivieren, weil ich es brauchst, oder? Oha Aber Smoke war noch Office, oder? Kann es von hinten gepusht werden Ich habe die Archive Seite Nein, er ist durch, weg Der war ein Dritter, der war ein Dritter Ich habe Angst, gerade rüber zu springen Einen habe ich, aber keine Ahnung, wo der andere ist Ich sehe, ne Ich weiß, wo er ist, wo er ist Vor mir, vor mir, vor mir Nein, er ist durch Ich darf es nicht zu schnell machen Jetzt habe ich es ein bisschen Good job Thanks Ich muss, äh Ich kann nicht, ob das Schild war, aber bei mir die ganze Zeit vorne Egal, äh Ich darf nicht sofort drücken, ich muss das ein bisschen Sie hat direkt geschlagen Hätte ich da sofort geschlagen, hätte es mich erwischt Weil der Schild dann quasi nicht da ist Und ich zu lange brauche Aber wir haben das, äh EIS ACE gemacht EIS EIS BABY Ich bin jetzt allein auf A und B Mies, dass ich überhaupt versucht habe Ich bin jetzt allein auf A und BABY Ich bin jetzt hier Ich bin jetzt hier Ich bin jetzt hier Ich bin jetzt hier In der einen Und dann Drei Okay, für mich diese Devin-Szene, die er sich auch mal kippt. Oh, GG, we lose. Wer weiß doch mal jetzt schon, dass du neben doch zwei von deinen Leuten weißt jetzt schon, Ja, ich hab dich vernachlässert. Alter, der Capgranken am Ende, der war jetzt schon ansonsten meistens krass. Ich glaub kein gewissen Werder, da war noch ne Frostfalle. Ja, aber die waren auch recht. Ich bin aber jetzt raus. Ja, ich auch. Ist das ne Pistole? Ja, die geht zum Toppen. Ich pisste auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, darfst du ruhen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Klar, Tankverbot ist am Start. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Da, 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 da! Da, 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 da... Um... Wer will nie so... ElisUpne idea... ... tribe... Ha! Gott, ich weiß! He lebt! O. mai... Oh.. My ¡Ga.D. Das war's für heute.